Frohmut. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Fähigkeiten und geistigen Eigenschaften. Heute eine besonders schöne Tugend. Frohmut. Frohmut kommt von froh und Mut. Mut im Altdeutschen oder Mittelhochdeutschen heißt nicht das, was heute heißt. Heute heißt ja Mut, Tapferkeit, Kühnheit, sondern Mut steht für Gemüt, steht für Geist, für Psyche. Frohmut, frohen Mut ist ein Gemüt, das froh ist, ein Geist, der froh ist, Fröhlichkeit. Frohmut heißt, dein Geist ist erfüllt mit Freude und du gehst Dinge voller Freude an. Das ist Frohmut. Also wenn dein Gemüt froh ist, dann hast du Frohmut. Frohmut ist aber auch eine Fähigkeit, eine Tugend, die man entwickeln kann. Du kannst es lernen, häufiger fröhlich zu sein, freudefoll zu sein. Natürlich, es gibt Situationen, die sind ärgerlich und es gibt Situationen, wo du etwas verlierst, wo vielleicht Trauerprozesse angesagt sind. Und so gibt es auch Zeiten, wo du etwas verarbeiten musst, es gibt Enttäuschung und so weiter. Aber als Grundeigenschaft des Geistes könntest du Frohmut kultivieren. Immer dann, wenn es keinen besonderen Anlass für etwas anderes gibt, kannst du Frohmut haben. Der Mensch ist ein emotionales Wesen, ein gefühlsbetontes Wesen. Du wirst immer irgendein Gefühl haben. Denn selbst die sogenannte Gefühllosigkeit ist auch ein Gefühl und kein schönes. Wenn du also deinen Geist nicht mit Frohmut füllst, dann kann es sein, dass dein Unterbewusstsein, dein Geist füllt mit innerer Unruhe, mit Ängstlichkeit, mit Reizbarkeit, mit Traurigkeit und so weiter. Irgendeine Emotion hast du immer. Und so fülle deinen Geist mit Frohmut. Freue dich. Du kannst manchmal einfach sagen Wohlwollen oder kannst sagen Freude oder du kannst singen, du kannst ein Mantra singen, du kannst sagen froh zu sein, wer darf es wenig und wer froh ist, ist ein König. Oder du kannst aber die Hände auf das Herz geben und ein paar Mal so machen, so vom Herzen und so das Herz öffnen. Freude. Oder dich nach oben öffnen und sagen Freude, Freude, Frohmut, Frohmut. Du kannst deine Segnungen aufzählen. Count your blessings ist ein amerikanisches Glücksrezept. Sage dir, was gerade gut ist, was toll ist. Du kannst auch sagen, ich freue mich auf das und das. Und du kannst auch einfach in die Gegenwart gehen. In dem Moment, wo du ganz im Hier und Jetzt bist, ist auch Frohmut da. Überlege selbst. Wenn nichts Besonderes da ist, was ist deine Grundstimmung? Ist es Frohmut oder etwas anderes? Emotionen haben ihren Platz. Aber du kannst die Grundstimmung der Fröhlichkeit, des Frohmutes kultivieren. Du kannst. Du musst es auch nicht. Es gibt auch die Grundstimmung der Melancholie. Es gibt auch die Grundstimmung der Ängstlichkeit. Und auch die haben ihren Platz in ihrem Sinn. Aber schöner ist es, wenn du als Grundstimmung Frohmut hast. Es gibt natürlich eine Menge weiterer Vorträge, die ich schon gegeben habe. Es gibt ja auch den Glückspost-Podcast von mir, wo es viele Hörsendungen zum Thema Glück und Freude gibt. Es gibt den Liebes-Podcast, wo da zu viel zu hören ist. Und ich habe ja auch schon einige Vorträge im Rahmen dieses Tugendlexikons gegeben. Über Freude, über Fröhlichkeit. Und so will ich es jetzt dabei belassen. Aber frage dich, was kann ich tun, um mir Frohmut zu leben? Und wie könnte ich es vielleicht tun, dass, wenn nichts Besonderes da ist, meine Grundstimmung Frohmut ist? Und so will ich es jetzt dabei belassen.